In der Schweiz und anderswo sind drei Generationen der Raumplanung zu unterscheiden. In der ersten Generation ab den 1960er Jahren war das Motto Nutzungen zu trennen und zu planen mittels Verhältnisziffern. In dieser Phase hat man Nutzungen und Funktionen vor allem getrennt und was aussen vor blieb, das ist eigentlich die Planung der Strassenräume, die alles andere miteinander verbinden sollten. Die zweite Generation ist die Generation ab den 80er Jahren, wo man frei werdende Industriebrachen beplant hat. Das ist die sogenannte kooperative Planung, wo die Städte und die Eigentümer gemeinsam über Ziele und Mittel verhandeln. Das ist ganz anders als in der ersten Generation, wo der Staat mit der Planung die Rahmenbedingungen eindeutig und einseitig gefestsetzt und die privaten Akteure anschliessend unter diesen Rahmenbedingungen handeln. Wir sind jetzt etwa 200 Meter gespaziert und man hat das Gefühl, man geht durch verschiedene Welten. Wie kommt das? Das kommt eben genau so, weil man verschiedene Areale nacheinander entwickelt und jedes Areal in sich beinahe perfekt. Man schreibt einen Wettbewerb aus, man bestückt die Jury gut, man pflegt jedes kleinste Detail. Aber ausserhalb des Areals kann man die Welt eben nicht kontrollieren. Das heisst, die Areale haben eine sehr, sehr scharfe Grenze gegen Aussen. Und ich würde sogar sagen, die Tragödie ist ja, je besser man ein Areal im Griff hat, je homogener die Bedingungen in einem Areal sind, je radikaler man auch gute Ideen umsetzen kann, desto stärker setzen sich diese Areale gegen Aussen ab und so wird die Stadt schwer lesbar. Wenn wir das etwas einordnen, wir sind quasi in Manhattan gestartet. Gleich neben Manhattan gibt es dann den Parkhausgrill. Dann haben wir übrigens über eine Vorstadt-Situation und ein Agglomerationsbauprojekt mit Lochfassade, etwas nichtssagend bewegt und befinden uns jetzt hier eigentlich im simulierten Mittelalter. Wir finden eine Abfolge von Plätzen, wir haben überall kleine Querbezüge. Die Häuser sehen alle anders aus, individuell. Es ist durchaus erfolgreich die Illusion eines organischen Wachstums, also eigentlich von Geschichte evoziert worden. Durchaus auch eine gelungene Geschichte. Wir werden nachher aber sehen, es steht auch auf diesem Areal drauf, wie es heisst. Es gibt ein Plakat, Hunziker Areal und es gibt eine gelbe Linie, wo privat draufsteht. Wenn man drüber geht, ist man drin oder eben draussen. Die dritte Generation, das ist die Phase, wo wir jetzt sind, die Phase der Transformation. Innenentwicklung vor Aussenentwicklung ist heute das Motto. Das heisst, dass man dort bauen und nachverdichten muss, wo schon etwas ist, wo gewohnt wird, wo gearbeitet wird. Entsprechend geht uns noch mehr als für alle etwas an. Wir befinden uns hier im Steinacker und der Steinacker soll in den nächsten Jahrzehnten transformiert werden, von einem reinen Gewerbe- und Industrieareal in einen gemischt genutzten, lebendigen Stadtteil. Und diese Transformation, das ist jetzt ein Beispiel par excellence für die dritte Generation. Auf dieser Strasse soll in Zukunft eine zweigleisige Glattalbahn, also eine Stadtbahn fahren. Um diese Transformation zu begleiten, haben wir eine Firma gegründet, die Ivo Innenentwicklung. Und unser Mandat ist jenes, dass wir die Geschäftsführung machen für den Verein aller Eigentümer. Das heisst, wir verhandeln mit der Stadt und mit der Glattalbahn im Namen aller Eigentümer. Wofür? Um sicherzustellen, dass kein einziger Arbeitsplatz wegen der Transformation verloren geht. Und gleichzeitig für jene, die entwickeln wollen, das Potenzial da ist, Wohnungsbau einzumischen oder eben zu bauen. Untertitelung des ZDF, 2020